Wir bieten Baumarketing für Unternehmen aus dem Bauwesen an. Wir sind drei Partner. Ich mache den Bereich Strategie, dann haben wir einen Profi-Fotografen, der Architektur-Fotografen macht und eine Kommunikationsabteilung. Und wir bieten im Endeffekt den gesamten Marketingprozess speziell aber für die Baubranche an, weil wir alle über 20 Jahre Erfahrung im Baubereich haben. Weil ich eben 20 Jahre Erfahrung habe im Baumarketing und kann eine Verbindung herstellen, einmal zwischen dem strategischen Denken eines Konzerns, weil ich jahrelang im großen Baukonzern gearbeitet habe, und dem pragmatischen Ansatz eines mittelständischen Unternehmens, weil ich auch da Erfahrung habe. Und diese Synergien sind recht interessant, weil viele denken immer, Strategie ist ein ganz schwieriges Feld und da trauen sich viele Leute nicht ran. Ich kann auch viele sagen, ja, wir würden gerne machen, gib mir mal ein paar Informationen und dann kommen die irgendwann zu mir und sagen, also das kann ich nicht alleine. Weil den eigenen Blick auf das eigene Unternehmen zu machen, ist eben sehr schwierig. Musik 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 Musik